Wenn es schwer ist, in einem reichen Land die Armut zu überwinden, was macht man dann auf dem Kontinent der Armut? Eins der fünf ärmsten Länder der Welt kennen wir unter dem Namen Oberwolta. Ein Binnenland in Westafrika, größer als die Bundesrepublik, mit nur sieben Millionen Einwohnern. Es leidet unter fast all den Problemen, die Afrika kennt, und probiert mit noch unsicherem Erfolg ein neues Rezept. Helmut Große versucht zu erkunden, was unter neuer Führung im früheren Oberwolta werden kann. Vor zwei Jahren putschte er sich an die Macht, Hauptmann Thomas Sankara. Mit 35 Jahren der zweitjüngste unter Afrikas 25 Uniformträgern im höchsten Regierungsamt. Der Bevölkerung versprach er aufzuräumen mit Korruption und Schlamperei. Und zum Beweis, dass er es ernst meinte, gab er dem Land einen neuen Namen. Aus Oberwolta wurde Burkina Faso das Land der Unbestechlichen. Unbestechlich in der Tat scheint er geblieben, auch heute nach 21 Monaten im Amt. Er bezieht weiterhin das Gehalt eines Hauptmanns monatlich 1400 Mark. Zweifel des Berichterstatters räumte er aus, indem er Einblick in seine Kontoauszüge gewährte. Den stattlichen Wagenpark seines Vorgängers ließ er versteigern und das ist der neue Dienstwagen. Ohne Leibwache allerdings geht es nicht. Er hat sich nicht nur Freunde geschaffen. Das Beispiel Burkina Faso, so Thomas Sankara, findet nicht überall Beifall. Deswegen nicht, weil wir Diebe vor Gericht stellen, weil wir die verurteilen, die Gelder veruntreuen. In den anderen Ländern, in anderen afrikanischen Ländern, sitzen Diebe in sehr hohen politisch verantwortlichen Positionen. Sie wissen, dass wir in Afrika 15, 20, 100, vielleicht 200 Afrikaner haben, die reich sind, sehr reich. Die über immense Summen auf Schweizer Bankkonten verfügen. Doch der Rest, die große Mehrheit, ist arm, sehr arm. Das gilt auch für Burkina Faso. Gegen diese Gegensätze kämpfen wir. Sankara erhob den Putsch zur Revolution. Revolution für das Volk, durch das Volk, so die Parole. Für jede Familie ein Dach über den Kopf, verkünden Plakate in der Hauptstadt die hochgesteckten Ziele. Schluss mit den Privilegien weniger, bessere Lebensbedingungen für alle, so eine weitere Forderung. Und auch die Frauen sollen Anteil nehmen, sollen ausbrechen aus alten Abhängigkeiten. Doch die Forderungen zu stellen, ist eine Sache, sie durchzusetzen, eine andere. Außerhalb der Hauptstadt sind Telefon, Radio, Zeitung noch immer die Ausnahmen. 90 Prozent der Bevölkerung lebt auf dem Lande. Und ihr Hauptproblem ist das aller Bewohner der westafrikanischen Sahelzone, Wasser. Anhaltende Dürre hat den Grundwasserspiegel immer tiefer sinken lassen. Längst ist das kostbare Nass hier in Kiambara rationiert und mit einer Schöpfgebühr belegt. Kein Regen, keine Ernte, das ist der Teufelskreis, auch in Burkina. Revolution ein Begriff, mit dem sie sicher wenig anzufangen weiß. Für sie zählt, ob sie heute und ob sie auch noch morgen genug Hürse zu essen hat. Gegen die Landbevölkerung könnte Sankara zwar regieren, aber nicht seine ehrgeizigen Reformen verwirklichen. Zur Durchsetzung seiner Politik hat er überall im Lande Komitees zur Verteidigung der Revolution gebildet. Parteien sind seit dem Putsch verboten. Die Mitglieder treffen sich, um gemeinsame Probleme zu erörtern und um neue Dekrete der Regierung, das heißt des Revolutionsrates und das Sankara entgegenzunehmen und anschließend für die Durchführung zu sorgen. Dass das funktioniert, sehen wir am nächsten Morgen. Für die Kamera ein Seeniges jetzt, der Verdacht liegt nahe. Doch ausländische Gesprächspartner, die das Dorf und seine Bewohner länger kennen, versichern, dass Gleiches auch an anderen Tagen und an anderer Stelle geschieht. Zu Hunderten schleppen sie über Kilometer hinweg Steine heran, Rohmaterial für den Bau eines Dammes, der in der Regenzeit helfen soll, in der Senke Wasser aufzustauen. Ein Projekt, initiiert und finanziert von der Welthungerhilfe und dem Deutschen Entwicklungsdienst, aus dem Spendenerlös des Afrika-Tages. Unter Mitarbeit der Dorfgemeinschaft auf Beschluss des Komitees. Wir sind 23 Jahre im Rückstand und noch länger, wenn man die Jahre vor unserer Unabhängigkeit hinzurechnet. Zwei Prozent der Bevölkerung sind alphabetisiert. 16 Prozent gehen jetzt zur Schule. Auf 48.000 Einwohner kommt ein Arzt. Wir haben nur wenige Straßen. Wir haben die Dürre, die Hungersnot, Krankheiten. Wir müssen gegen Ignoranz kämpfen. Wir haben zu wenig Wohnraum. Wenn sie all diese Probleme lösen wollen, dann sind sie einfach gezwungen, den Leuten Tag für Tag zu sagen, zu arbeiten und nochmals zu arbeiten. Ich weiß, das ist schwierig. Aber das gilt für alle, für die, die Verantwortung tragen, genauso wie für alle anderen. Wir alle müssen mit anpacken. Tod oder Vaterland, wir werden siegen, so die Parole der Revolution. Thomas Sankara ist nicht zimperlich, wenn es gilt, seine Ideen durchzusetzen. Das bedeutet für viele, Abschied zu nehmen von alten Vorrechten und Gewohnheiten. Das hat ihm Gegner gebracht, nicht zuletzt unter der älteren Generation. Noch präsidiert in der Hauptstadt der Moronaba der traditionelle Herrscher über die Mossi, der größten Stammesgruppe des Landes. Und noch immer spielt sich allwöchentlich das gleiche Zeremoniell ab, unverändert seit 400 Jahren. Wirtenträger des Mossi-Reiches versuchen, ihren Herrscher davon abzuhalten, den Königsitz zu verlassen, mit Erfolg. Der Herrscher bleibt, alles, so soll das wohl heißen, bleibt unverändert. Das aber steht im Gegensatz zu den revolutionären Vorstellungen der jungen Führungsmannschaft unter Sankara. Sie will gesellschaftlichen Wandel, eine neue Moral und alles lieber heute als morgen.